Es ist CSD-Zeit in Deutschland. Was hat das mit Windeln zu tun? Vieles und immer mehr, weil auch einige von euch dort sein werden. Aber fangen wir vorne an für alle, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Der Christopher Street Day am 28. Juni ist ein historisches Datum, an dem für die Rechte von Schwulen und Lesben demonstriert wird. Es gibt nicht eine zentrale Demonstration, sondern viele verschiedene im ganzen Land, selbst viele kleinere Städte haben mittlerweile einen eigenen CSD. Die Termine dafür sind über das Jahr verteilt zwischen Ende April und Anfang Oktober. Wir befinden uns in der Hochphase, die meisten finden nämlich zwischen Juni und September statt. Die CSD-Demos wurden von Menschen geschaffen, die nicht heterosexuell sind. Natürlich muss man nicht auf das gleiche Geschlecht stehen, um an einer Demonstration teilzunehmen. Neben Heterosexuellen sind dort auch andere Menschen, die von der Norm abweichen. Beispielsweise Puppies, insbesondere die LGBT-Puppies, sie gehören ja sogar zu zwei Minderheiten in der Gesellschaft. Das führt immer wieder zu Diskussionen und Streit. Es fängt an bei rechtlichen Dingen, weil ein CSD eine Demonstration ist, gilt Versammlungsrecht und Vermummungsverbot. Schon das beschäftigt Anwälte und Gerichte. Masken sind nicht pauschal verboten, sondern nur wenn damit die Identität verschleiert werden soll, was bei den meisten Hundemasken nicht der Fall sein dürfte. Die meisten demonstrieren friedlich und begehen keine Straftaten, bei denen die Maske helfen soll. Noch streitbarer ist die moralische Frage, wie weit darf ein CSD gehen? Hierfür ist wichtig zu verstehen, dass die Christopher-Street-Day-Demonstrationen provokativ sein sollen, sie entstanden 1970 als Reaktion auf die Willkür der Polizei gegenüber Homosexuellen. Wer nicht heterosexuell war, lebte zu dieser Zeit in ständiger Angst, es gab beispielsweise gezielte Razzien in schwulen Bars der G-Szene, bei denen die Staatsgewalt diese Minderheit nicht nur gezielt verhaftete. Sondern auch Gewalt im Spiel war. Es kam daher auch in den Jahren zuvor immer wieder zu Protesten und größeren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Sturne-Wahl-Aufstand ist der bekannteste und führte zur Gründung der CSD. Die Menschen fühlten sich ungerecht behandelt und wollten mit der Demonstration ihrem Ärger Luft machen. Man kann sich vorstellen, dass es eine emotionale Stimmung gewesen sein musste. Mit Provokationen sollte ein Mittelfinger gezeigt und auf die Missstände aufmerksam gemacht werden. Heutzutage sind wir zum Glück deutlich weiter. Auch wenn es leider immer noch zu einer gewissen Gewalt, Ablehnung und Diskriminierung von Homosexuellen kommt. Dagegen zu demonstrieren, hat meiner Meinung nach daher immer noch seine Berechtigung. Passen dazu auch Hundemasken, ABDL-Outfits oder sogar halbnackte Menschen in Windeln. Das ist schwierig, auf der einen Seite möchte der CSD provozieren, was er in gewissem Rahmen sicherlich auch soll. Andererseits dürfen gerade wir in diesen Communities nicht vergessen, Ein durchschnittlicher Mensch kann damit nichts anfangen. Wenn Außenstehende sehen, wie jemand nackt mit nur einer großen bunten Windel durch die Straße läuft, sind sie mindestens irritiert. Viele empfinden ekel, wie man bei diesem Bild mit seinen Kommentaren sehen kann. Wer noch manipulative Überschriften der sogenannten Bild-Zeitung gelesen hat, wird solche Menschen auch noch für krank oder gestört halten. Die Bild unterscheidet ja nicht mal zwischen Adult Baby als eine Art Lebenseinstellung und dem Fetisch. Ein Außenstehender, der das live sieht oder solche Bilder in den sozialen Medien, wird das auch nicht tun. Außerhalb unserer Blase finden das viele abstoßend und wollen davon wenig wissen, nach dem Motto, creepy, das war wieder mal genug Internet für heute. Akzeptanz oder zumindest Toleranz werden wir damit keine schaffen. Viele halten es für einen komischen Fetisch und fragen sich, was der auf öffentlichen Straßen zu suchen hat. Insbesondere wenn noch Kinder dabei sind oder sogar nackte Menschen. Ich musste nicht lange suchen, um Bilder eines nackten Mannes neben einem jungen Kind zu sehen. Bei so etwas kann ich es verstehen, wenn Außenstehende finden, dass das zu weit geht. Und den Intoleranten sowie Extremisten, die all das grundsätzlich ablehnen, spielt das in die Hände, die instrumentalisieren das, um auch bei den offneren Hass zu schüren. 2022 war in Köln erstmals eine ABDL-Laufgruppe beim CSD dabei. Zumindest für den Fetischteil halte ich das für die falsche Veranstaltung. Als Gemeinschaft sollten wir für Akzeptanz und Toleranz einzustehen. Und nicht den CSD dafür instrumentalisieren, um einen Tag lang sinnbildlich die Sau rauslassen zu können, wo manche denken plötzlich alles tun zu können, weil es viele machen. Sich nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen ist beispielsweise ein Strafbestand im Sexualstrafrecht und wird mit Geldstrafe oder bis zu einem Jahrhaft bestraft. In der Nähe von Kindern wird daraus schnell sexuelle Belästigung oder gar Schlimmeres. ABDL hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft. Ich denke das wird noch schlechter statt besser, wenn nackte Menschen nur in Windeln die Außenstehenden verstören. Dazu die Macht der Bilder. Alleine die zwei vorher Gezeigten haben 300.000 Menschen im Internet gesehen. Wahrscheinlich viel mehr, als auf dem CSD waren. Natürlich muss niemand auf Windeln verzichten, wenn er oder sie zum CSD geht. Ich würde es jedoch nicht mit Gewalt darauf anlegen, dass es jeder sehen muss. Man kann etwas darüber tragen, wie man es sonst im normalen Alltag auch tun würde. Oder wer läuft fast nackt nur mit Windeln durch die Gegend? Ich plädiere dafür, sich Gedanken darüber zu machen, wie das eigene Verhalten bei anderen ankommt. Und zwar nicht anderen ABDL und anderen kleinen Minderheiten. Die große Mehrheit kann damit mit Windeln, Hundemasken und Co. nichts anfangen. Überlegt euch, wie ein Außenstehender reagieren würde und ob eine Demonstration für Schwulenrechte wirklich der richtige Ort ist, um das auszuleben. Die Anhänger von anderen Fetischen machen das außerhalb auf privaten Veranstaltungen, bei denen niemand damit verstört oder gar belästigt wird, der es nicht möchte. Für ABDL gibt es auch solche Events, bei denen man unter gleichgesinnten Windeln und noch viel mehr tragen kann. Wer es ruhiger in kleineren Gruppen mag, kann sich privat treffen. Eine gute Anlaufstelle ist dafür zum Beispiel meine offizielle WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch mit anderen austauschen könnt. Eure Meinung könnt ihr mir entweder dort schreiben oder hier in die Kommentare. Ich hoffe, dass alle CSD friedlich verlaufen und wünsche mir mehr Toleranz und Verständnis auf allen Seiten. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.